Hallo und herzlich willkommen bei Silex. Ich bin Silex. Ich bin ein Affe. Mit mir dabei ist der Affe. Ich spiele Mercy. Wir spielen heute Overwatch. Meine erste Runde Overwatch jemals. Ich habe mir das Spiel gerade erst gekauft und ich spiele jetzt mit Mercy. Weil ich weiß, dass es eine gute Healerin ist. Und ich ist sehr gerne Healer-Spieler. Und wie man gerade schon gehört hat, bin ich nicht alleine. Mit dabei ist nämlich der JYD. Hi. Ja. Es geht. Er hat schon ein bisschen... Oh Gott. Los! Los! An die Front! Was habe ich da? Pistole. Peng Peng. Peng Peng. Genau, du hast du quasi... Wenn du einmal ein Ziel quasi den Kollegen angelockt hast, dann bleibt er noch angelockt. Du musst nicht ganz so offizieren, sondern der Strahl geht so hinterher. Ich mache nicht den gleich. Achja. Wir sind hier gerade Defender. Das heißt, wir müssen ja jetzt diesen nett eingekreisten Bereich hier schützen. Angreifer in 30 Sekunden. Alles klar. Alles klar. Hi. Ich halte ihn ein bisschen. Wie machst du das? Ich will auch fragen. Weil alles klar ist. Du kannst C gedrückt halten. Dann kannst du da Sachen auswählen. Hallo. Hallo. Alles geht. Ich brauche ärztliche Versorgung. Ich brauche ärztliche Versorgung. Ich brauche ärztliche Versorgung. Die Versorgung. Die bösen Buben. Die kommen ja gleich rausgerannt. Ja. Aber die sieht man doch schon. Ich heile dich. Vorsicht. Vorsicht. Nicht zu weit nach vorne. Nicht zu weit nach vorne. Guck mal, da hat jemand in einer Eismand hingesetzt. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Boah. Oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Komm her. Ich heile dich. Buddy. Tu das. Wo bist du denn? Oh Gott. Oh fuck. Vorsicht, Vorsicht. Genau. Mit Schild kannst du hier zu Leuten hin. Liegen. Ach so mal. Du hast schon rausflucht. Fuck. Fuck. Hey Dick. Warte mal, das will ich. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit 200 Leben? Regeneriere ich automatisch leben. so als Merci? Ja, also ich glaube ich weiß nicht genau wie das funktioniert, also ich glaube schon, ja. Okay, okay. Du kannst auch mit Rechtsklick zu Leuten diesen Damage-Bach geben. Das ist von Dauerstrahl. Da muss ich gerade heilen. Oh shit. Auf jeden Fall geht der gerade auch nicht die Party ab. Ja, und ich bin hier gerade gut dabei zu heilen. Du bist ein guter Arzt. Au, sehr gut. Der ist mein erster Kill. Der ist mein Kill. Das war gar nicht mein Kill. Das war gar nicht mein Kill. Du kannst hier drücken. Da gar nichts. Du kannst nur Fähigkeiten machen. E. Was ist denn das da unten für die Zahl? Du kannst einmal F1 drücken und mit F1 kannst du nämlich sehen, was du für so Skills hast. was ist denn das? Ja. Das war die Ulti von der, von der Einfrauze. Die hat das nicht auch geholfen. Aber hat sie? Nein, hat sie nicht. Durchschreitet die Iris. Oh oh. Ne, genau. Du kannst spontan wechseln. Okay. Ah, ich glaube ich glaube wir haben Mercy. Finde ich sehr cool. So. Wo werde ich gebracht? Finde ich sehr cool, die gute. Heroes sind einfach da. So warte, F1. Schutzengel lässt sich sein. Unser Torbjörn hat gerade ordentlich aufgeräumt da. Warum denn auf L? L? Achso, das ist... Was ist auf L? Mein erster Skill. Schutzengel. Das ist Links Shift. Achso. Oh Gott. Da kannst du dich so anvisieren und dann zu deinem Verbündeten hinfliegen. Die gerade Hilfe brauchen. Ah, ok. Das ist natürlich gut zu wissen. Ja. Oh oh. Da hat man gerade jemand gerackt. Bist du stolz noch nicht? Sehr ja. Aber wie funktioniert der jetzt nochmal? Mit dem zu jemandem hinspringen quasi? Bam, ich hab einen Kill! Mein Strahl aktiviert. Ich habe nur geboxt. Da habe ich zu mir geboxt. Da ist wohl mein Parlament mit mir durchgeschlagen. Hehehe. Ehe. Gleiften. 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 Das ist wohl mein Temperament! Oh shit, oh shit, hier geht... Ich bin Mitglieder tot, oh! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Gacha, mate, gacha! Bin dabei! Lass, 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 lass! Oh shit, müssen wir grad mal wieder anders halten, hier! Ja, ja! Hallo? Hi, Ron! Fuck! Hey, die sterben nicht! Gott, lauf, 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 nein! Wieso nicht? Fuck, wo bin ich hier? Gut, dass ich Ärztin bin! Puh, gut, dass ich Ärztin bin! Oh fuck, oh fuck! Ich wette, das denkt sich... Das denkt sich der Chef hat sehr... Uniklinikarten auch so, Gott sei Dank, dass ich Arzt bin! Na, nämlich gut, Geld! Sicher, Heilung, Heilung ist sehr gut! Weiß ich, wo du bist! Ja, nein, ich hab grad Heilung aufgesammelt! Hat jemand den Arzt gerufen? Hat jemand den Arzt gerufen? Ist die irgendwie Österreicherin oder so? Ne, Gott! Die sagt auch in der englischen Version, redet in Deutsch. Das ist bestimmt so wirklich eine Österreicherin! Ich brüchne mich so leicht mit dem österreichischen Akzent! Hat jemand den Arzt gerufen? Heile mich! Oder gibt mir Damage wach oder irgendwas! Oh! Oh! Ich mach' noch mal! Ich bin dabei, dich krass zu heilen! Ja, es ist ja voll geil! Verrecke halt, holy shit! Wir, wir gewinnen gerade richtig hart! Wir sind richtig hart! Ja, wir haben mal einen guten Heiler! Ja, wir müssen hören, geil! Ja, wegen des guten Heilers! Jawohl! Oh, ich hab' dich gerade in der Base gebootet! Sieg! Piu, piu! Sieg! Sagen, es war eine sehr schöne Runde! Gott, wer ist denn diese komische... Tschüss uns! Oh! Oh! JD! Sehr gut! Wir fragen uns jetzt aber, wir fragen uns aber, was das macht! Oh! Ist die Kollegen da gerwackt? Da bin ich! Da bist du! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Krass! Oh, ich vote erst mal dich hoch! So, finde ich auch! Hast du dich gerade selber hochgebootet? Nein! Nein! Ähm, erst mal heilen! Ich heile dich! Lol! Du bist also... Krass! Ich bin Reinhardt! Hart rein mit Reinhardt! Guck mal, wir haben zwei Mercys! Mercy! Ey! Das ist aber... Hier konnte ich einfach die ganze Zeit gegenseitig heilen! High Reception! Ja, voll geil! Hier wird keiner sterben! Helden sterben nicht! Ja! Ich kann aber nicht immer Leute wiederbeleben, ne? Ne, nur mit deiner Ulti! Nur wenn deine Kuh quasi über dir ist! Ja! Das ist ja auch... Die wird sich... Die siehst ja unten... Äh, unten in der Mitte des Bildschirms, siehst ja so, siehst ja einen Auflademeter. Wenn das voll ist, kannst du bei dir wiederbeleben. Ich schütze dich! Ah, okay! Kommt mir nicht in die Quere! Okay, alles klar! Wo kommen denn jetzt die Leute her? Weiß ich nicht, aber ich bin froh, dass du mit deinem großen Schild in deinem großen Hammerbanger bist! Ich bin unter dem Schild! Ich kann dir nämlich quasi nichts passieren! Das ist praktisch! Das ist praktisch! Kannst du den dauerhaft machen? Ja, bis er kaputt ist! Angreifer nähern sich! Berteiligen Sie Zielpunkt A! Ach, mal! Ich bin dir hier! Lass sie mit durch! Hää? Oh Gott, A! Häää! Haben wir irgendwen, der Damage macht? Nein, du wirst gerade von zwei Leuten gehielt! Oder halte mich einfach nur gerade! Du wirst gerade von zwei Leuten gehielt! Das ist natürlich unangenehm! Oh Gott! Mein schönes Garten! Du solltest nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt! Du solltest nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt! Du solltest nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt! Doch! ich habe einen eliminiert das nervt mich gerade ein bisschen dass ich noch eine zweite hier drin ist kannst du auch was anderes spielen mach ich doch gleich glaube ich oh Gott Hilfe die ist kaputt alles klar, ich spiele es wie ein anderes wen gibt es denn noch so? das kannst du mir aussuchen was? Soldier 76 den spiele ich jetzt heute sind wir alle Soldaten heute sind wir alle Soldaten ähm ok der Feind ist am Tor let's go f*** ich wurde gerade auseinander genommen aber nach allen Regeln der Kunst ah das ist nicht so robo das ist echt nicht so robo also ich finde das ja persönlich sehr cool wenn die andere Kaninlerin genommen wird also ich habe keine Ahnung wo ich hier lang lassen muss ich bin Bruce Willis offensichtlich Bruce Tracer hier roll Objektiv last bomb das ist natürlich ungünstig ja dem ja dem jawohl oh oh f*** ok der hat mich gesniped haha oooh herrlich killcam herrlich ich komme irgendwie mit Reinhard nicht klar peng alter wie der mich gesniped hat der ist nicht mein Hero der ist nicht mein Hero na ich spiele halt wen anders ja mach ich jetzt auch gleich sieht man eigentlich irgendwo wer wie viele Punkte hat mit die h auf um das wut hat was passiert hier die auf Alter, ich bin nicht gemacht für diese Rolle. Geht's hier gerade? Soldier. Soldier. Schieß doch! Warte! Was war das denn? Ne, ich bin nicht gemacht für Soldier. Wen gibt's denn noch so schönes? Ich spiele jetzt, ähm... Hier, den Western-Typ. Mac, Mac irgendwas. Mac Arthur. Oh, das war ein ziemlich cooler Move. Okay, nein, das ist aber nicht so gerade meine Rolle. Aber ich hab kill gemacht, immerhin. Fuck! Oh! Oh! We don't make her here. Fuck! Wir sterben nicht! Warum nicht? Ich kann... Was ist das denn? Das ist ein Tank. Wir haben's verteidigt, oder? Ja, wir haben's verteidigt. Sehr schön. Ja, wir haben auch ne Rechnung offen. Ja. Wir müssen das gerne mal spielen. Jawoll. Wer hat Musik? Hallo. Yeah! Aha! Feel me. Oh, du kannst hielen. Wie? Kannst hielen. Weiß ich nicht, aber irgendwie kannst du hielen. Ja, so. Okay, so. Du musst nicht auf mich drauf schießen. Das ist einfach deine Aura, glaub ich. Ach, doch. So, ich muss gerade Scheiße eingemachen. Bang! Oh Gott! Kontakt! Kontakt! Oben. Regens. Rechts. Mitte. Ne? Und so. Ja. Auf jeden Fall. Grass raid. Wechsel zwischen zwei Songs. Der Heilungsboost hat da verbündet. Aber wo soll er durchgucken? Ich weiß. Oh mein Gott! Okay, das ist auch nicht mal ne Rolle. Nicht. Nee. Tracer. Spür ich jetzt mal Tracer. Bang, 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 bang. Und nirgends ein komischer Telebot. Und auch ein Telebot. Und auch ein Telebot. Und auch ein Telebot. Bang, 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 bang. Okay. Bang, 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 bang. Ja, das hat doch nicht so eine Scheiße angehen, Leute. Bang, bang, bang hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das so oft haue. Oh, fuck. Ich bin down. So, ich hab ich aber auch nicht wirklich sehr... Haben wir verteidigt, oder? Haben wir verteidigt? Ich weiß es nicht, bestimmt. Wie du weißt es nicht. Ja, doch. Ja, ja. Geht schon wieder los. Ähm. Oh Gott. Mom! nós um." Ehe. Wenn du döntest. Wow. Und gerade guilt. Oh oh. Warum zur Hölle habe ich den nicht getötet, als er gefrostet war? Was ist denn das? Yo, mate! Yo, mate! Ich hätte dich vielleicht in den Kopf schließen müssen, wenn er töten würde. What's up? Oh Gott, nein, sie gehen jetzt ein! Oh, der wäre super krass. Ich weiß nicht! Es tut mir leid! Ich wurde rasiert aus. Wunderlage. Er wurde rasiert aus? Ja. Na, guck mal, wie sie da stehen.